herzlich willkommen allen zuschauern wir sind wieder zurück beim minecraft battle zusammen mit dem herr blaze einen wunderschönen guten abend oder eigentlich müsste ich ja jetzt schon sagen eine gute nacht mittlerweile echt und ja wir legen jetzt wieder los und wollen uns noch ein bisschen den crip farm und dann ja ich denke auch mal raus fighten gehen weil sonst bringen wir es ja hier auch zu nichts mehr weil wie viel leben haben wir noch drei oder vier ich glaube nicht mehr so viele ich glaube schon noch ein paar mehr ja minimap ist aus ist okay die habe ich gar nicht drauf weil ich auch nicht so machen wie konnte ich vergehen habe ich schon buddelt sehr viele ich merke gerade ich will so gehe ich hier rein ich gehe drei weiter genau machen wir es wieder ganz klasse ich wollte mich gar nicht buddeln so pflasterstein denn es ist so wir haben gerade geguckt ich brauche noch circa so ja acht level 78 level genau dass ich mir neue schwert verzaubern kann und ich hoffe diesmal wirklich was anständiges zu kriegen genau ich habe ja schaft das 1 das ist zwar auch jetzt nicht so gut ist wenn ich jetzt in der zeit auch noch mal auf genug level kommen werde ich mal noch mal schwert machen aber ansonsten gebe ich mich mit schärfe 1 auf jeden fall auch zufrieden was ich ja schon überlegt hätte wir haben doch sicherlich noch irgendwo oder ich hoffe es zumindest drei strings für einen zweiten boot ich weiß nicht hast du überhaupt nen bogen ich glaube ich habe gar keine stelle ok ja weil ich hätte mal überlegt wir haben ja oder haben wir überhaupt schon ein ambos ich glaube aber nicht mehr nehmen wir nicht nehmen man könnte ja aus zwei power 1 bogen power 2 bogen machen aber da braucht man ja auch wieder level für ne es ist ja ja aber es lohnt sich jetzt schon also ich glaube weil ich gehe mal von dem stammpunkt aus der liebe wenig kraft hat ein pferd ja und ich glaube er hatte auch einen level 4 eisen schritt also was ist aber irgendwer anders wenn ich das glaube ich von der letzten auf dem session noch richtig im kopf habe ja nur darum vielleicht ein bisschen schaden mit dem bogen zu machen ja das auf jeden fall sind wir glaube ich nicht die top ausgerüsteten menschen hier beim battle denken könnten wir für level technisch da noch was rausholen so ab und zu mal so ein bisschen nach hinten gucken ja das ist eine gute idee endlich mal ein bisschen was gefunden wo ich level kriege auch kohl endlich mal cool so level 4 aber ja so ein bogen genau das war auch noch so ein punkt den ich noch mal in angriff nehmen müsste da ist jemand in lava geschwommen beim versuch wenig moment die beiden spieler sind im team what the fuck okay hier ist schon wieder feierabend hat jede menge kohl und eisen ist auf jeden fall ganz praktisch ich höre ich bin gerade genau unter dir glaube ich wenn ich es richtig einschätze aber das sind ein paar saubere level für mich gerade das ist ziemlich gut weil ich mir ja wie gesagt einen bogen machen muss ach du scheiße hier ist ja gleich lava nicht schön wenn man da nicht daran denkt dann ist lava echt nicht schön wir reden uns mal wieder ein dass wir nachher im kampf daran denken werden lava zu platzieren was wir eh nicht tun werden aber wir reden es uns ein ich habe das letzte mal lava gesetzt nur leider nicht effizient genug ja gut das ist dann natürlich auch doof aber passiert diamanten müssten wir eigentlich noch haben ein paar hatten wir noch hatten zwar zwei chefplätze gemacht aber wir hatten noch ein paar in reserve und zumindest für ein schwert soll es noch reichen hoffen wir mal und ich hoffe was natürlich richtig gute wären feieraspekt schwerte oder sowas wieder aber das haben wir ja leider verloren oder ich ja das glück haben wir hatten wir einmal gehabt und dann war es weg und ob wir das glück haben ist wiederum fraglich ich wollte nämlich natürlich mit irgendwie habe ich heute schon wieder so leicht das bedürfnis jede minute hinter mich zu gucken ja ich habe heute müssen wir auch ein bisschen mehr fighten ich glaube weil sonst bringt es uns eh nichts mehr deswegen sehen wir jetzt schnell zu dass wir für dich noch ein schwer draus bekommen gutes und dann geht es raus glaube ich habe ich denn noch eine schaufel ja meine schaufel ist recht kaputt und gut aber es ist nicht so viel gravel wie beim letzten mal den habe ich gerade diesmal findest du gravel und diesmal finde ich wieder diamanten das wäre ja was ja schlecht war es nicht noch was gerade in der sekunde wo ich sage geht diese scheiß schaufel kaputt ist du nicht mehr ernst so inventar ist auch schon wieder voll okay dafür finde ich gerade eisen wieder das ist gut wenn wir uns ein ambos wirklich machen wollen ja ich habe auch schon wieder eine menge eisen dabei ich nur gleich mal zwischendurch in den ofen hauen gehen da war sogar noch fertiges eisen drin glaube ich vom letzten mal könnte sein zumindest ja das wäre natürlich auch noch ein bisschen erfahrung das auf jeden fall ja ich meine ich glaube ich habe beim letzten mal noch was reingehauen habe ich cleanste und dann bei der erde hingeschmissen bei mir im gang als ich angekommen war neue spitzhacke hat habe ich zuletzt noch welche gemacht schon eine vorbereitung für diese session heute mal sehen meistens waren es so drei sessions in jeder staffel mal sehen ob es bis heute beenden oder ob es noch auf eine vierte aufnahme hinaus läuft ja wobei wir in den letzten staffeln ja doch teilweise ein bisschen länger aufgenommen haben das stimmt diesmal war es ja echt immer so zwei stunden oder sogar unter zwei stunden letzten mal und zumal wir diesmal auch acht teams sind also von daher dauert das alles was länger so hier die lava zu machen möchte ich nicht drin baden oh ich bin echt willkommen gravel geh weg keine schaufel dabei ich möchte aber auch nicht zurücklaufen gerade macht doch den fackeltrick ja das geht aber an der position wo der gravel hängt so schlecht müsste ich springen und die platzieren und versuchen was mal ob es geht voll zu früh platziert nachher der fackeltrick der ist echt lebensretter folgen vorbei ok krass mensch die minuten ja wollte ich gerade sagen also 15 minuten waren das noch nicht mehr das waren siebeneinhalb das war zu sagen halbe folge da müssen wir alle wissen wir auf unsere zeit achten irgendwer verpeilst aber egal das stimmt ja so das heißt ich bräuchte jetzt eigentlich level gar nichts das heißt noch nicht 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 ganz zwei level noch aha redstone toll immer ein paar level das geht ja auch okay bin ich jetzt schon wieder am gravel angekommen so aber hier jetzt bei diamanten das sieht noch schlecht aus das wäre echt mein folgen start zum direkt jemanden finden aber ich glaube das kann ich mir meinen kühnsten träumen auch abschminken ja und vor allem wie gesagt ich habe es ja die letzten male schon gesagt was mich echt gewundert hat ist ne ich habe doch so lange gesucht nach einem minenschacht oder so nichts damit man vielleicht mal ein verzaubertes buch hätte finden können aber nö dafür sind wir auch auf der falschen höhe jetzt aber wir haben ja auch anfangs nichts gefunden dergleichen ja ich bin ja extra in die schlucht reingegangen ne ja genau ich habe der gang wird mir gleich kein glück mehr bringen kommt noch so zwei spitzhacken gekillt hier so ein paar dias die müssen sein das wäre nicht verkehrt lavabruzeln über mir das ist natürlich auch ein zeichen ok sie ist nicht über mir sie ist vor mir ok macht nix aber vielleicht finde ich ja in der nähe diamanten komm irgendwo hier dias führer ist so gefühlen komm schon komm schon gleich level 10 hier ist redstone ich wollte dias finden ja level 10 so dann werde ich jetzt gleich mal verzaubern gehen oh nice wenn du was gutes hast doch bescheid dann geh mal raus dann ist dann ja wir müssen nämlich auch ein bisschen wolle finden genau uns vielleicht wieder ein bisschen was an lebenspolster erarbeiten können du mal warum wir was riskieren müssen es ist hier langweilig wir werden nur farben deswegen äh ja aber wir überleben länger ich bin in irgendeiner Höhle rausgekommen aber hier hat schon mehr gefahren das ist natürlich uncool so hier mache ich hier mal großzügig zu ich glaube den kann kann ich stecken ich habe aber ich habe viele mir fehlt ein kleines bisschen bis zum fünften level kommen das kriege aber noch wohin irgendwo ein bisschen kohle oder ein bisschen redstone habe ich denn noch clean stone ja den gang gehe ich nicht zu ende da sind zu viele fackeln irgendwie in irgendeinem gang da habe ich irgendwas gefunden das lassen wir nehme ich einfach irgendwas aus dem ofen dann sollte ich level 5 haben direkt instant äh drei diamanten haben wir noch okay das war also ein schwert okay wie gesagt ich gebe ich mit meinem schärfer eins schwert nur fast zufrieden das ist nicht so fett aber es reicht also jetzt gucken wir mal thema bogen ob das irgendwie geht so moment ich sollte mir vielleicht erstmal das schwert craften erst verzaubern dann craften was sagt der server der wort warum nicht also da sind zwei strings drin haben nirgendwo dritten wenn dann vielleicht den ach so man sollte vielleicht auch nicht das unverzauberte schwert reinlegen ne level 10 ist zuviel ne soviel möchte ich nicht gib mir ein level 8 7 da werden noch 22 eisen oh oh man nicht schon wieder bane of anthropods wir haben damit echt nicht so das mega glück kann man sagen ne nicht wirklich so dann wollte ich noch meine meine brust verzaubern so was haben wir denn eisen wir haben 41 komm gib mir eine level 1 verzauberung wir haben noch einen rückstoß 1 diamant schwenden der kiste übrigens ja aber da renne ich lieber mit dem anderen rum ja gut dann kannst du gegen das vom leib halten das ist die sache ja aber das problem ist wenn wirklich jemand lowlife ist und du rennst ihm nach dann gibst du ihm einen schönen boost ja gut das ist klar genau so ah kann ich mir irgendwo mein zeug reinschmeißen machen wir es mal ins mülleimer ne kohl ist kein müll dann ist müll aber dann gehe ich trotzdem auch mit dem schwert hoch vielleicht können wir trotzdem was schaffen ne ja ja klar das sollte haben wir noch stone im ofen das wir hier dann gleich wieder zu machen können äh ich bringe auch noch mal was moment so das ist da rein da ist noch gold drin da kann das eisen rein hier gibt es auch keine strings mehr da muss es wohl der power 1 bogen vorerst bleiben äh ein bisschen was zu essen wäre noch gut ach ein eisen vergessen für äh konnte man karotten nicht auch kochen mhm ne die konntest du zu gold machen da konntest du goldkarotten draus machen ach stimmt da war ja was aber wir können uns noch ein bisschen brot machen so warte ich habe einen ambos gemacht einfach mal für den fall der fälle den stelle ich hier neben dem zaubert sich wir hatten eigentlich genug eisen dafür hast du noch ach so ich habe zwei brote ok das heißt du bräuchte ist auch noch ein bisschen was ne ja warte ich muss noch mal hin äh und tu das restliche eisen und gold da wieder rein und der rest ist egal oder 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 nee der rest ist unwichtig so wie sie an sich haben wir jetzt einen ambos ach genau strings waren keine da hinten in der kiste ne nein habe ich schon geguckt nicht drauf geachtet das bringt natürlich auch nicht so viel so hätten wir das hätten wir das hätten wir das ok 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 ok